Nach diesem Video wirst du die Nummer 1 Sache wissen, die du jetzt noch in den Sommerferien machen kannst, um dich maximal für das neue Schuljahr vorzubereiten. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abiturschnitt. Und heute werde ich mit dir die eine Sache teilen, die du jetzt in deiner vielleicht noch sehr vielen freien Zeit in den verbleibenden Wochen der Sommerferien noch tun kannst, um maximal vorbereitet zu sein für das neue Schuljahr. Und nein, es ist nichts von all den Dingen, die für dich jetzt vollkommen normal oder logisch erscheinen würden und auch nichts davon, was dein Lehrer, dein Eltern oder sonst irgendwer dir erzählen würde. Denn ich meine damit nicht, wiederhol die Sachen aus dem letzten Jahr. Ich würde das meiner Meinung nach vielleicht nicht mal hundertprozentig machen, ich habe es auf jeden Fall nie getan, weil es kommt ja was Neues. Klar, es macht Sinn, die Sachen zu wiederholen, aber das wirst du fürs Abitur sowieso tun. Es macht jetzt auch meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Es bringt was, keine Frage, aber es ist nicht unbedingt notwendig, um ein sehr gutes Abitur zu schreiben oder was auch immer du als Note erreichen möchtest, irgendwie schon mal vorzulernen. Kann man auch machen, bringt einem schon ein bisschen was, wie auch immer. Aber die Nummer 1 Sache, die du meiner Meinung nach tun solltest, die du jetzt vielleicht auch noch sehr, sehr gut machen kannst, ist es, deinen Fokus zu trainieren. Warum und was meine ich dann? Eine Sache, die ich immer wieder feststelle, ist, dass Zeit extrem relativ ist. So oft kommen Leute bei uns in die Beratungsgespräche für unser Traumabiturcoaching und die Schüler sagen, ich lerne die ganze Zeit und es kommt eben nichts dabei raus. Aber was mit Lernen gemeint ist, variiert sehr stark. Das bedeutet, viele verbringen viel Zeit am Schreibtisch, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie viel lernen. Lernen bedeutet, wie viel sich hier oben deinem Kopf tut, nicht wie viel Zeit du am Schreibtisch verbringst. Und aktuell ist es einfach so, dass Social Media extrem hoch im Trend ist und es konditioniert uns darauf, einfach maximal kurzfristig zu denken. Es geht immer nur um diese schnellen Impulse. Impuls, Impuls, Impuls. Und ich möchte euch zum Beispiel auch gerne mal in Bezug auf diese Videos challengen. Ich meine, das Video geht jetzt 2, 3 Minuten vielleicht. Es werden bestimmt schon 30% wieder weggeklickt haben. Nicht, weil sie der Inhalt nicht interessiert, sondern einfach nur, weil das Gehirn so schnell mittlerweile bei uns sagt, okay, jetzt brauche ich was Neues, jetzt brauche ich was Neues, jetzt brauche ich was Neues. Wenn du auf Instagram durch deine Timeline scrollst, du schaust kein Bild länger als 1-2 Sekunden an, selbst wenn es ein sehr geiles Bild ist. Jetzt mal ehrlich, wenn da wirklich ein Bild ist, wo du sagst, wow, das finde ich echt cool. Was passiert und du sagst, wow, das ist echt nice. Double Tap, Like, Weiter. Das heißt, selbst die sehr guten Bilder, selbst sehr gute Videos, was auch immer. Es ist immer so kurz. Deswegen, wenn du jemandem sagst, hey, für mich ist wirklich Abitur eines der wichtigsten und du bist eigentlich fast der einzige Kanal, den ich anschaue, dann will ich euch wirklich mal challengen, wirklich die Videos ganz anzuschauen. Wenn du an irgendeiner Stelle merkst, okay, es bringt mir jetzt gerade wirklich nicht, weil ich zum Beispiel damit kein Problem habe, das ist kein Thema. Aber versucht euch selbst darauf zu trainieren, nicht die ganze Zeit immer wieder was Neues zu brauchen. Und das bedeutet nicht nur auf YouTube-Videos, das ist jetzt nur allgemein für die Zukunft. Ich freue mich nämlich auch immer über ein bisschen Watchtime, ja, ist vollkommen logisch. Aber das gilt auch für alle anderen Sachen, ja. Wenn ihr zum Beispiel, angenommen, ihr seid jemand, der sehr ambitioniert ist in Bezug auf die Schule und ihr wollt vorlernen. Dann auch beim Vorlernen, trainiert da schon mal, nicht immer nach einer halben Stunde sich was zu snacken zu holen, nicht alle 20 Minuten aufzustehen, um aufs Klo zu gehen. Nicht ständig das Fenster zu lüften oder sonst irgendwelche Tätigkeiten, sondern wirklich mal eine Stunde zweischlippig konstant an eurem Tisch sitzen zu bleiben. In der Schule schafft man es ja 45 Minuten auch. Und das ist so entscheidend meiner Meinung nach, Fokus zu trainieren. Hier ist natürlich auch die Frage, warum ist es so wichtig? Wenn du es schaffst, nicht die ganze Zeit irgendwas anderes zu machen, wenn du es schaffst, mal konstant bei einer Sache zu bleiben, wirst du in einer Stunde dessen bekommen, was die anderen an einem Tag schaffen. Es ist so. Ich merke das hier, auch mit den Videos, ja. Ich produziere die vor. Ich schaffe es innerhalb von einer Stunde, alle Videos für eine komplette Woche aufzunehmen. Schaffe ich komplett. Warum? Weil ich den Fokus habe. Ich mache ein Video, konstant fertig. Ich bin nebenbei im Handy, hier blinkt nichts nebenbei, hier kommen keine Nachrichten rein, keiner kommt in mein Zimmer, hier passiert nichts. Ich habe den vollen Fokus drauf, nur dieses Video zu machen. Und wenn ich dieses Video gemacht habe, dann drücke ich auf Stopp, starte die Kamera neu und nehme das nächste Video auf. Und dann das nächste, und dann das nächste, und dann das nächste. Und wenn ich das gemacht habe, gehe ich ins Gym. Und im Gym quatsche ich mit niemandem, da habe ich mein Handy nicht dabei, bin ich zwischen meinen Übungen irgendwie am Handy oder sonst irgendwas, sondern ich bin einfach nur fokusiert. Fokusiert, fokusiert, fokusiert. Und ich mache einfach nur die Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind, mit voller Aufmerksamkeit. Das gilt übrigens für mich, und da könnt ihr das zum Beispiel jetzt, wenn ihr für die Schule noch nicht so viel zitiert habt, auch schon super gut üben. In Gesprächen mit anderen Menschen. Ja? Ich spreche mit nicht vielen Menschen, aber mit denen, mit denen ich spreche, spreche ich zu 100%. Wenn ich mit meiner Familie spreche, ich sitze da, auch wenn ich 60 Instagram-DMs offen habe und unbeantwortet bin. Selbst wenn mal, es gab Zeiten, da waren 6000 YouTube-Kommentare unbeantwortet, weil da gerade wegen der Abiturphase voll abging. Dann, auch dann, beantworte ich nicht nebenbei irgendwo Kommentare, sondern wenn ich mit meinem Bruder spreche, dann spreche ich mit meinem Bruder. Und das wird immer so sein, weil es meiner Meinung nach noch super wichtig ist, und ihr werdet merken, wie ihr im ersten Moment das Gefühl habt, oh, verdammt, 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 ich schaffe die ganzen Sachen nicht mehr. Weil wir sind so in diesem hochgetakteten Stressmodus und immer in diesem schnell, schnell, neu, neu. Und das wirkt im jeweiligen Moment immer so, als würden wir schneller irgendwo hinkommen, weil es sich für unser Gehirn so anfühlt, als würden wir mehr Dinge tun. Jetzt habe ich das gemacht, dann boah, 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 boah. Aber wenn du dich mal ehrlich am Ende des Tages, am Ende der Woche fragst, was wirklich passiert ist, oh, fragst, das wollte ich mir abgewöhnen. Wenn du das dann wirklich mal anschaust, was du wirklich geschafft hast, wirst du merken, es ist nichts passiert. Das bedeutet, wenn du in diesem schnell, schnell, schnell Modus bist, hast du die ganze Zeit das Gefühl, es ist zu wenig Zeit, du machst ultra viel, aber wenn du am Ende das anschaust, es passiert nichts. Wohingegen, wenn du in diesem bewussten Fokusmodus bist, in dem ich jetzt mittlerweile nahezu durchgehend bin, dann wirst du die ganze Zeit das Gefühl haben, dass du super entspannt bist, du super gut vorankommst, aber auch keinen Stress hast und wenn du dann über deine Woche zurückschaust, die mal so ein bisschen Revue passieren lässt, denkst du dir, wow, was ein Vorschritt. Was ein Fortschritt. Ich meine, ich kann hier an einem Tag die YouTube-Videos für einen ganzen Monat aufnehmen. Das ist Facts. Facts. Ihr habt danach vielleicht keine Stimme mehr, aber ich bin dazu in der Lage. Und dann fragen sich Leute zum Beispiel auch, wie kannst du jeden Tag ein YouTube-Video machen? Oder wie kannst du jeden Tag ein YouTube-Video machen, Psychologie studieren und noch hauptsächlich dich ums Traumabitur-Coaching kümmern? Ganz einfach, weil ich einen klaren Fokus habe. Auch bei meinem, aktuell steht bei mir eine Hausarbeit an. Ich werde die wahrscheinlich in drei Tagen schreiben und die wird sehr gut sein. Nicht die allerbeste, weil mein Studium nicht die allerhöchste Priorität in meinem Leben hat, aber ich werde sie trotzdem gut machen. Und das ist eben der Punkt und das ist auch der Punkt, an den ich euch bekommen möchte, weil ich einfach merke, auch bei meinen Coaching-Teilnehmern, diejenigen, die an diesen Punkt kommen und wirklich konstant ihre Sachen durchziehen, die haben geile Noten, haben keinen Stress und super viel Freizeit. Und das ist das, was denke ich, die meisten von euch auch wollen. Und deswegen der allerbeste Tipp, wie ihr das auch abgesehen davon, dass bei den Sachen, die ihr schon macht, die einfach fokussierter zu tun, wie ihr das üben könnt, ist wirklich auch einfach Meditation. Ich habe über Meditation schon mehrfach gesprochen. Gebt einfach mal Leo Ecke in Meditation ein. Da findet ihr auch Videos, wo ich erkläre, wie man meditieren sollte. Vor allem auch für den Zweck, um sehr gute Noten zu schreiben. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr sogar die Zeit und die Möglichkeit habt, macht gerne einen Meditations-Retreat. Das kann ich euch nur empfehlen. Da lernt ihr es nämlich nochmal tiefer. Mehr Zeit bringt auch viel, um euch in der Zukunft, mit der Zukunft zu beschäftigen, was wollt ihr nach der Schule machen. Aber wirklich Fokus entwickeln, meditieren, das sind die wichtigsten Sachen, die du da tun kannst. Und wenn du das hast, wird die Schule echt ein Klacks für dich sein, weil du mit so viel Konzentration einfach genau die Dinge lernst, die jetzt gerade wichtig sind. Du wirst in den Prüfungen besser sein, wirst dich im Unterricht besser konzentrieren können. Alles wird einfach besser. Du wirst dich auch selbst besser fühlen. Deswegen entwickelt euren Fokus durch Meditation und macht vor allem die Dinge, die ihr macht, wenn ihr sie macht, zu 100%. Und euer Leben und vor allem eure Noten werden sich einfach komplett verändern. Deswegen, in diesem Sinne denk dran, ich glaube an dich, wenn du es noch nicht getan hast, unter diesem Video auf den Link gehen und fokussiert dich zum Traumabitur-Coaching anmelden. Da hast du die Möglichkeit, mit mir und meinem Team persönlich zu sprechen. Wir werden schauen, wer bist du, was machst du, was sind deine Probleme, wo möchtest du hin und wie können wir dich da hinbringen. Deswegen einfach unten anmelden. Vollkommen unverbindlich. Vollkommen kostenlos. Und ja, deswegen tagen wir euch da ein. Wir hören voneinander. Bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.